Och, wen haben wir denn da? Ein süßes Kätzchen, das in einem Baum lebt. Zeit für eine Fahrt in deinem Korb. Wo sind die Luftballons? Ah, Fliegen. Die einzig wahre Art zu reisen. Das Baumkätzchen ist gelandet. Pickeln wir dich nun ein, wie einen kleinen Burrito. Machen wir dich sauber. Beginnen wir mit den Ohren. Das schreit nach viel Arbeit. Gut, dass wir eine Fingerzahnbürste haben. Reinige die Schnurrhaare und schrubbe die schmutzigen Pfoten. Fast fertig. Du kannst dich abtrocknen und gleichzeitig als Hase verkleiden. In der Zwischenzeit haben wir eine besondere Überraschung für dich. Mach ein paar Löcher in diese Milchtüte. Und gib Euter oben drauf. Jetzt hat er seine ganz eigene Kuh. Aber uns ist die Snackzeit extrem wichtig. Wir haben Essen, wir haben Wasser, wir haben Knöpfe. Und die Krönung, die Fleischbar. Wahrscheinlich hast du auch Lust auf Würstchen. Wer sagt, dass Katzen keine Hunde mögen? Besonders Hot Dogs. Als nächstes brauchen wir eine große Plastikflasche. Und zuerst verpassen wir ihr ein freundliches Gesicht. Schneide einen Schlitz nach unten, wie eine kleine Tür. Es wird ein Katzenklo. Also füge etwas Streu hinzu. Jetzt kann unser Kätzchen es ausprobieren. Schau dir das an. Passt perfekt. Pfoten waschen nicht vergessen. Zeit für etwas Spaß mit diesem langen Tunnel. Befestige ihn an einige Pappkartons. Jetzt hat unser Baumkätzchen sein ganz eigenes Tunnelsystem. Ich meine, warum sollten nur Hamsterspaß damit haben? Personalisieren wir das Ganze noch ein wenig. Jetzt ist wirklich offensichtlich, welcher pelzige Freund hier wohnt. Hat jemand Lust auf ein Billiardspiel? Hier wird er einen tollen Katzenroman schreiben. Was noch? Hier ist eine Idee. Nimm ein altes T-Shirt. Binde die Enden zusammen und häng es auf. Es ist eine Katzenhängematte. Fehlen nur noch Kissen. Schnapp dir nun einen Gummihandschuh. Einer reicht. Gib ihn um ein Glas herum und fülle ihn mit Sand. Der perfekte Ministuhl oder eine mittelgroße Hand. Häng Bilder seines Lieblingsmenschen auf und schon kann er reinkommen. Ich hab doch gesagt, dass er sie mag. Er spielt Billiard nach seinen eigenen Regeln. Was für ein toller Tag für ein Nickerchen. Hey, sei vorsichtig da oben. Auch wenn du auf deinen Füßen landen kannst. Weiter geht's mit diesen Pfotenabdrücken. Gib Epoxidharz hinein. Dekoriere sie nach Belieben und hänge sie dann an eine Kette. Es ist ein Freundschaftsarmband. Nun bei seiner Größe eine Halskette. Ich habe schon von Affen auf der Schulter gehört, aber das ist viel besser. Ziehe etwas Schnur durch einen Duschhandschuh. Unser Kätzchen ist nicht die einzige mit einziehbaren Krallen. Jetzt müssen wir einen Luftballon aufblasen. So geht's auch. Blase vier davon auf und binde sie an jede Schnur. Es ist wie ein Babymobil und ein Katzenspielzeug in einem. Unser Freund Blue ist zu Besuch. Und er will seine Haut mit uns teilen. Jetzt ist er ein toller kleiner Badteppich. Unser Badezimmer könnte ein paar mehr Sachen vertragen. Schneide etwas Schaumstoff und Pappe zurecht. Es ist ein winziges Waschbecken mit einem winzigen Spiegel. Wir können sogar einen Strohhalm zu einem Wasserhahn zuschneiden. Füge einen Griff hinzu. Und was wäre ein Bad ohne Badewanne? Gesundheit! Ist das Lametta? Wie ist das denn da hingekommen? Diese Wanne könnte Lametta und Bommel vertragen. Schließlich mögen Katzenwasser nicht wirklich. Was zum? Deine Puppen werden die Girlande bestimmt nicht vermissen. Mal sehen, ob unser Kätzchen sein neues Badezimmer mag. Wenn ich das wäre, würde ich direkt reinspringen. Wahrscheinlich sollte er sich die Nase pudern, wenn wir schon mal hier sind. Hm, leckeres Gras. Zeit für ein Nickerchen. Nimm nun eine Socke und zieh sie über ein Glas. Fülle sie mit etwas Erde und Samen. Und dann noch etwas mehr Erde. Wir müssen die Sache etwas beschleunigen. Wickele es ein und klebe Klubschaugen an, denn warum auch nicht? Jetzt wird dir das leckere Katzengras nie mehr ausgehen. Dieses Katzenhaus braucht eine Tür. Nimm die Brosten von einigen Zahnbürsten und klebe sie an die Tür. So kann sie sich einfach bürsten. Zeit, eine alte Plastikflasche herauszukramen. Schneide das Ende ab und gebe etwas Heißkleber in die Mitte. Befestige eine Schnur und ziehe sie aus dem Flaschenhals heraus. Nimm nun einen Ball und befestige ihn mit etwas Heißkleber. Zieh ihn einfach nach unten und es springt auf. Jetzt kommen Leckerlis rein. Und siehe da, mit einem einfachen Pfötchen-Schnippen kommen Leckerlis raus. Und wenn du schon dabei bist, kannst du auch eines für dich machen. Das Beste aus beiden Welten. Dein Kätzchen bekommt einen Ball zum Spielen und Leckerlis. Chips? Ach, vergiss es. Wenigstens haben wir das Rohr. Wickle ein Jute-Seil herum. Einmal rundherum. Füge auch ein Bündel an der Seite hinzu. Jetzt kann dein kleiner Kletterer etwas Sport machen. Es ist auch eine tolle Alternative zu einer Treppe. Und der perfekte Ort, um einfach nur herumzuhängen. Diese winzige Bonbon-Kugel ist genau das Richtige für unsere winzige Katze. Hast du was im Hals? Oh, ein Fisch-Skelett. Tauch es in Farbe und dekoriere das Katzenhaus. Das oder koch einfach eine Fischknochenbrühe. Algen in ihrem Haar. Ist sie eine Meerjungfrau? Nun, es hat mit Fischen zu tun. Also ran an die Box. Und Kätzchen, gefällt dir deine neue Bude? Du kannst dich einfach entspannen und dich kratzen. Oder auf ein kleines Abenteuer gehen. Schließlich bist du der König in diesem Schloss. Wer hätte gedacht, dass Flure so viel Spaß machen können? Und ich hab gehört, dass der Mietpreis uns schlagbar ist. Oh nein, er denkt, ich bin eine Maus. Warum hab ich so viel Käse gegessen? Vielleicht können wir sein Katzenhaus auch vermieten. Nur ein Scherz. Dieses Kätzchen ist ein echter Profi. Miautastische Sache. Bis zum nächsten Mal.